Hallo ihr Lieben, wir spielen jetzt das Song-Quiz mit Laith Eldin. Das heißt, ich werde Laith eine Zeile vorgeben und Laith muss, soll uns verraten, aus welchem Song diese Zeile denn stammt. Das sind Laith Eldin Songs und ich glaube an dich, Laith, du kriegst das hin. Oh nein! Wir fangen auch relativ einfach an. Die erste Zeile lautet, du lässt mich taumeln, lässt mich wanken. Ich glaube, ich brauche nicht helfen, oder? Lass mal nachdenken, wie hieß denn das? Das heißt, ich glaube, Stairway to Heaven, habe ich geschrieben, so Ende der 40er Jahre. Das könnte Bilder von dir sein. Es ist Bilder von dir. Schätze ich mal. War doch gar nicht so schwer. Das ging noch. Komm, wir steigern uns. Gut. Nächste Zeile. Die Stille, die sich so geduldig ihren Weg schon bahnt. Ich kann dir helfen, aber wir geben dir natürlich auch noch ein bisschen Bedenkzeit. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Ja, gib mir mal einen Tipp. Der Song hat etwas mit einer anderen Jahreszeit zu tun, die wir jetzt haben. Ach so, dann ist das wahrscheinlich Tage fallen wie Blätter. War ein guter Tipp, oder? Tage fallen wie Blätter, das ist aber auch, jetzt warte mal, ich glaube, drei oder vier Alben her, genau. Tage fallen wie Blätter. Wahnsinn. Ich finde es abgefahren festzustellen, wie schwer es ist anhand von Stellen, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Super. Wir hätten ja alles aus, was man gut geht, nehmen können. Habe ich ja gleich gesagt, wusste ich ja. Zu leicht gewesen. Nächste Zeile. Von früher bis später, von dort bis nach hier. Oh Gott. Von dort bis nach hier. Das klingt leise. Warte mal. Das ist nicht zu sehr. Ist das nicht? Ah, das ist Schatten und Licht, heißt der Song. Ja. Vom Album, Gott. Siehst du, wenn ich das jetzt, wenn ich das dann jetzt auch noch wüsste, ist das nicht die Frage, wie es ist. Jetzt willst du es wissen, dann. Ja, ich würde es, egal, ich komme noch drauf. Mist. Und, eine haben wir noch? Mhm. Das klingt alles schön, aber das ist halt ganz besonders schön. Ich möchte dich kennen wie mich selbst. Du kannst auf mich zählen. Das ist zu einfach. Also, komm, jetzt beschwert er sich auch noch. Das ist aus dem Song. Es ist ein Ross entsprungen. Nein. Aus dem Song jetzt hier immer ist das. Ganz klasse. Ja, das war es schon. Ich werde du jetzt gerne doch noch ein bisschen mehr bekommen. Das ist so geil. Es ist ganz abgefahren. Also jetzt hier immer spielen wir tatsächlich seit, diese Tour wahrscheinlich nicht, aber wir spielen es jetzt seit 13 Jahren, 12, 13 Jahren. und ich habe den Text auch, also es ist einer von den Songs, bei denen du mich nachts wecken könntest und ich könnte ihn singen. Und wenn du es mir so vorliest, denke ich im ersten Moment, was? Ja. Was will sie denn? Ja, klar. Super, sehr, sehr geil. Gesungen ist das dann natürlich echt nochmal was anderes. Wie würde das denn klingen, wenn du es singen würdest? Da bräuchte ich sogar deine Unterstützung. Möchte ich kennen wie mich selbst und du kannst auf mich zählen. Wäre so ungefähr die... Möchte ich kennen wie du selbst und du kannst auf mich zählen. Yes! Dann hättest du es wahrscheinlich noch schneller gehabt. Ja, geil. Dann hätte ich es direkt gewusst. Aber das war super. Mit diesem tollen Gefühl entlassen wir dich einfach dann direkt wieder in die Kälte. auf Tour. Wir freuen uns sehr, denn Leith Eldin im Januar hier bei uns in Niedersachsen und in Bremen auf Tour. Also gut, Hamburg ist auch noch mit dabei. Da bei unseren Nachbarn Hamburg, also Bremen und Hannover. Wir freuen uns sehr. Vielen, vielen Dank, dass du da mitgemacht hast. Sehr, sehr, sehr gerne. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.